Hey Leute! Wir begrüßen uns heute wieder zu New Luigi EU! Und wir gehen erstmal ein Pinguin sein. Gemeinsam mit Maru begeben wir uns weiter in die große Welt des Luigi EUs. Und wir machen erstmal Teamkills. Ja cool, okay. Ich hab einen Kapello verliebt. Ich hab so ein Opfer Toad, das von allem getötet wird. Wir müssen einfach mal gleichzeitig stampfen. Jetzt! Jetzt! Yes! Gut, wir haben ein Leben verloren, ein Power-Up. Zwei Power-Ups sogar. Aber okay, wir kriegen einfach ein neues Power-Up. Das hat schon fast gelohnt. Ich hatte gar kein Power-Up gehabt. Ja, siehst du. Gut. Oh, leider kein Platz. Ich möchte mich von keinem Item trennen. Ich will es einfach benutzen. Ja, bitte. Klasse. Okay, jetzt bin ich... Aha. Okay. Außer sie sind in eine Burg reingelaufen. Aber wir können das einfach werden. So, wir haben im letzten Part... Haben wir die Eiswelt abgeschlossen? So, ich will jetzt ein Item benutzen. Danke. Ja, wir haben die Eiswelt abgeschlossen. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Wir haben noch ein Geheim-Level geöffnet. Aber die Geheim-Level werden wir alle erst am Ende noch machen. Plus die Wege dahin und... Wie fett auf? Tod ist fett. Ah, nein. Nein. Was ist denn der Anzug? So, da kommt das mein Flugschiff. Flug? Doch, Flugschiff. Ja. Okay. Was ist das für ein Jul? Schrauben? Schrauben, 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 Schrauben. Das ist gut. Wow. Ich bin gefrüßt. Ich bin gefrüßt. Ja, noch? Schrauben, hier raus. Das ist lustig, äh, das jetzt zu spielen mit dem... Ähm, nach dem... Ich bin gefrüßt. Ich bin gefrüßt. Ich bin gefrüßt einfach anders. Ich bin gefrüßt. Ja, ich bin gefrüßt. Die erste Münze ist irgendwo am Arsch der Welt. Oh, aber noch eine Münze. Ja, wo? Die ist gerade eingesammelt da mit den Blöcken. Ah ok, cool. Da hat sich was geplant. Dum 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 dum. Aber die erste... Ich weiß gar nicht. Ach, Unterwasser-Kampf, ok. Die erste Münze? Wo sind die denn da? Scheiße, Unterwasser. Ich weiß gar nicht, wie ist der Kampf eröffnet? Wie soll den draufspielen? Unter uns? Ach komm, nein. Moin. Ich hab auf den Taut. Ah ok. Ja, du musst dir gucken, lass ihn an, wie siehst du. Das ist dein Ding hier. Genau so. Ja, wie sie. Ja. Was? Ja, hast du nicht kommen sehen? Ja. Super, ja. Keine Tote. Das ist ein Kuro. Fress die! Aber er sieht sich auf den nicht an. Ok, jetzt hätte er nicht. Äh, hätte ich nicht mehr. Boon. Packbar. Easy. Ah, er hat noch ein Treffer. Aber sehr cooler Kampf, sehr cooler Kampf auf jeden Fall. Ja. Ach so. Du machst nichts. Du kommst direkt aus dem Nichts. Komm schon, schieß deine letzte Kugel. Das ist wirklich cool. Oh. Wittery. Okay, ich glaub das soll doch nochmal machen, ne? Können wir das überhaupt nochmal machen? Na doch, klar. Stimmt. Ja! Hallo Marina! Eigentlich, Schuhe. ạ Wow, wow, wow! Fett! Wir sind einfach ausmischen. Man, sind wir cool! Einfach so. Was hast du jetzt gemacht? Was hast du jetzt gebracht? Wir wurden nicht weggebrochen. Das gehört zum Limon-Jungel. Wir haben die Limon-Jungel nicht gemacht. Der kommt jetzt, ja. Wir machen jetzt. Das ist ja die fünfte Welt. Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, was die sechste Welt war. War das nicht diese Berge? Stimmt, die Berge waren das. Die letzte waren die Balken. Ach, die Lava-Welt. Das ist eigentlich immer großteils gleich geblieben. Ja, das letztes ist eigentlich meistens noch. Und davon ist es nicht an Lüch abgebildet. Nein. Wow. Das war nicht geplant. Ach, da unten. Hast du es gesehen? Unten geht ein Feuerball durch. Ah, ich habe... Ah, ja, ja. Geheimleife entdeckt. Also Münzen entdeckt. Da ist nämlich gerade ein Feuerball unten durchgegangen. Der ist geleuchtet. Das heißt, da unten muss halt irgendwas sein. Ich muss mal gucken, was ist ein dummer. Ja, die müssen halt besiegen und dann da vorbeigehen. Da ist der Piz nämlich auch unten durchgegangen. Geht, lauf doch weiter, Topf! Weiter, weiter, weiter! Ja. Okay, das war nicht geplant. Ja, jetzt müssen wir uns zu... Okay, wieso bin ich nicht gesprungen? Weiß ich nicht. Zack. Okay. Okay. Taut stirbt und stirbt und stirbt. Ich wollte einfach nur so viele Leben haben wie du. Ah, richtig einstellung. Richtig einstellung. Richtig einstellung. Wo ist denn diese Schrauben? Das ist eigentlich schon was? Ja. Ja, warte! Warte! Ja, und du bist jetzt tot. Hahaha. Da war die Münze drum. Hier, oder? Ja. Ja. Ja, okay. Okay, da war ein Block. Hammerbruder. Es geht, Hammerbruder und dann bist du tot. Okay, cool. Warte, warte! Nein! Doch, geht. Ah, geht doch. So. Ja, da müssen wir besser auf unsere Umgebung achten. Dann hätten wir es sofort gesehen am Anfang. Oh, jetzt dieser, äh, dieser Kampf. Dieser unnötige Kampf. Ich guck mal mit dem Uli, wie schnell er braucht kann. Ich glaube eher nicht. Nein! Okay, ich glaub schon. Was? Oh, noch einen. Cool. Okay, aber die Trelle dafür haben wir nicht uns drin. Na, cool. Okay, ist die an der Explo... 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 Ist die eine Explo... Ist die ein Signal von links und rechts wieder? Da kommt es wieder. Hm. Hm. Ja, jetzt weiß man doch das nächste Mal, dass sie von unten drohen können, aber... weiß man schon. Man weiß, dass sie auch ein bisschen die Position wechseln. Wie ich eben mal getroffen worden bin. Ach, Mensch. Toad. Ach, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Dieser Kampf ist so unnötig. Weißt du, wenn das Teil mir mich ansehen würde, ja? Ich bin so voll zunut wie neben ihm. Natürlich! Natürlich! Frau Junior, gehst du mir gerade auf den Sack? Unter ihm! Unter ihm! Ey, warum zieht ihr denn auf das andere? Nachher brauchen wir die ganze Zeitablauf. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Eben so schnell! Ja, wir kriegen aber nicht den zweiten Treffer, das ist... Jetzt aber! Endlich! Wow! Hat doch eine Stunde gedauert, ey! Jetzt kommen wir die Teile nach oben hin. So, komm jetzt schon auf den zweiten Treffer. So, dann haben wir nur 10 Minuten, was für ein Level. Cool. Wieso denn nicht, ne? Wieso denn nicht, ne? Ah, jetzt kann ich jetzt eigentlich... Das kann ich überspringen. Okay. Und, fett, wir springen einfach ans Nichts. Na, guck doch, nur bitte, Theo. Was ist denn da passiert? Anstatt das nochmal zu versuchen, fliegen wir einfach weg. Äh, nein, sprechen wir jetzt nicht. Und wir gehen einfach weiter. Wollen wir uns zurückschießen lassen, aber das brauchen wir nicht. Und wir sind ja im Dschungel angekommen. Von denen werden wir noch nicht viel sehen. So, Level 1. Rankenspiel im Giganto-Garten. Ach, komm ich die ganzen Wickler und so alles? Oh, da. Hätte ich eher gebraucht. Du warst ja nicht nur schon groß. Ja, achso, und da war Pilze, dann habe ich jetzt schon was. Ich bin ja, aber die Frau ist schon besorgen, dass es irgendwie was ist. Wollen wir das mal abmachen? Wollen wir das mal abmachen? Wollen wir das schon durchschneiden? Okay. Wow, okay. Okay. Was? Ich hab' ich gesagt, Schluss gelassen. Das macht keinen Sinn. Okay, ich wollte auch auf den Cooper draufschreiben, aber naja. Ah, die Frage. Ich glaube irgendwie der ganz am Anfang ist auch direkt eigentlich Münze. Das ist halt so ein Cooper? Was? Ja, die geht einfach runter. Ja, okay. Ich weiß, warum du ihn loslässt, weil du zu weit weg bist dann. Ah. Ah, da muss einer in die Blase. Äh, da. Also, wir können nicht beide gleichzeitig durchspringen. Das ist, das ist schlecht. Das funktioniert nicht. Ah. Da gehe ich in die Blase. Ähm, nehmen wir mal eben... Da können wir mit Propeller, weil wir da ein bisschen Platz haben. Oder so. Aber wir können ja trotzdem nicht so gut durchschreiben. Geplant. Geplant. Aber ernsthaft unten. Das ist echt nichts. Hm. Ich will mir das nicht vorstellen, aber egal. Ich hab's doch gewusst, aber von uns so, wie ne Münze schon mal. Ach, oh. Die wehren mal wieder. Natürlich werden auch noch was kommen, oder? Oh, oh, oh. Gut, dass du dich befreit hast. Aber wir haben immer eine digitale Münze. Also, hast du nicht weitergegangen? Also, das ist das Ziel jetzt. Oh. Ah, die erste Münze. Aha. Wie gesagt, irgendwie hab ich das Gefühl, dass die irgendwo irgendwas am Anfang ist. Oh, der ist halt so ein Panzer, da kann man irgendwas machen. Hm. Fragen. Wir fragen. Wir fragen. Eigentlich... Wer ist das hier? Nichts, oder? Ah, okay. Man kann hier nicht festhalten. Nichts, oder? Okay. Ich brauche, ich brauche mich mit. Ich brauche mich mit. Tja, ich brauche mich mit. Was ist denn, der Poku anzelt? Was ist komplett nach links durch geht, aber... Okay, das kann sein, ich mach die mal verenden. Vielleicht müssen wir den sehen, vielleicht kommt die denn hochgeschossen, das hatten wir ja auch schon mal. Ah, die großen Pizze, äh, 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 kann man hier halt auch nicht... Vielleicht ist es auch so? Hier ist gerade der Gegend ab. Hm, okay. Geben wir noch ein Stück weiter, aber... Ich muss da eigentlich schon dann... Ist schon irgendeine Rohre? Gucken wir mal neben dir. Pfff, ja, aber... Ich hab's ja schon da mit dir hoch... Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal, sonst schneid ich das mal wieder da rein. Nein, doch, ich bin da verloren. Warum bist du gestorben? Ja, weil du gestorben bist. Ja, weil du gestorben bist. Ich hab echt nicht so irgendeine... Ich hab mich wohl schon, dass da noch nichts ist. Ich muss auch viel zu weit, um da normal hinzukommen. Nein, da komm ich nicht drauf, ich bin viel zu weit nach vorne. Okay, ist mir jetzt zu blöd. Wie ist die Zeit, dass... Ne, wir machen... Komm, wir machen weiter das Level erstmal. Wofürst! Wofürst du? Wofürst du? Wofürst du? Wofürst du? Oh yeah. Das war's für heute. Das schneiden wir am Ende rein. Jo. Viel zuhause. Oh man, was anderes. Ne, ist das auch schonmal okay. Ich schmeck mir den Stern. Ich schreibe mal bei der Mütze. Yes! Yeah! Puh! Ein Leben und ein Stern. Vielleicht steht es eh nicht so gut eigentlich, ne? Jetzt guckst du, dass wir so Items haben. Okay. Das ist noch eins. Drei. Zwei. Zwei. Wo müssen wir denn? An die Propeller rein können. Zwei Propeller. Zwei Eicheln. Zwei Pea Eicheln. Giftige Gewässer. Okay, gut, dass wir ein Propeller genommen haben. Gut, dass wir ein Propeller genommen haben. Nein! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Nein! Oh, war das Glück. Wie? Propeller Tablet? Geil, Legende. Ich will kurz gucken. Das war die erste Münze, aber da unten ist eine Rohre. Wie guckt man da ran? Da unten? Ja, wow! Propeller? Ist das schon so weit gekommen? Jetzt könnte ich schützen. Ah, das ist eine Münze, die ist neu. Oh Gott! Okay, das hat mir ganz schön, Papa. Das ist bestimmt ein Geheimweg oder so. Oh, du hast die letzte Münze. Mhm. Ich opfere mich für die Münze. Ja, aber bestimmt so ein... Ja, aber was denn? Was ist der Weg da? Hm. Wofür ist da die Rohre? Vielleicht wieder ein Geheimdamm? So möglich. Aber da reinzukommen... Du kommst ja eigentlich noch mit Propeller, oder? Ja, vielleicht wie die Eichel, aber ist auch sehr schwierig. Ja, der Eichel, aber du fliegst ja sehr tief. Ach komm, von da aus... Wo soll man da hinkommen als Geheimweg? Hm, naja. Wie gesagt, Geheimwege, wenn Special Part am Ende sind. Und... Ja... Ja... WTF? Der Mann hat gesagt... Geburt, der Junge! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da hinten... Ja... 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 Der Mann hat gesagt... Geburt, der Junge! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da hinten... nicht ganz auslösen. Okay. What the hell? Okay. Oh, der höchste Buch kommt. Okay. 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 Nein, dann überlebe, überlebe! Überlebe Toast! Wenn ich den Pilzen geweiht bin... Was? Du musst sowieso klein sein. Nein! Ja... Warte... Warte, ja durch... ... zu... ... zu... So... Okay. Sehr sp... Sehr spünt... Tabe! Wieso springt der nicht? Yes! Yes! Your! Luigi! So! gut Leute, das war's dann für diesen Part, wir sehen uns im nächsten Part, bis dahin und ciao